66 cm großer Dainichi Sansai. Kein Fisch aus unserem Grow-Out Wettbewerb mit dem Jumbo Tozai, sondern ein Fisch, den ich letztes Jahr im Dezember als Nisai erworben habe. Ihr findet auch in der Beschreibung, in der Darstellung auf der Homepage eindeutig das Zertifikat einmal abgedruckt. Da könnt ihr die Größe letztes Jahr im Dezember sehen von dem Fisch. Der Fisch ist hier auch in dem 100 m³ Weiberteich über den Sommer über größer gemacht worden, hat eine ganz, ganz hervorragende Körperform entwickelt, wunderschöne Zeichnung, wunderschöne Farbabbremsung, ganz frisches Beni. Also der Fisch ist wirklich top, top, top. Ganz hervorragendes Tier, ganz tolle Körperform, Zeichnung dabei, Entwicklung ist gut, Größe ist sehr, sehr gut, Volumen ist super, ganz breite Schulter, hohe Schulter, breiter Schädel. Wirklich ein ganz, ganz super hervorragender Fisch. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft.